Es geht wieder los mit Power Rankings, denn die Saison fängt wieder an. Wer letztes Jahr um die Zeit noch nicht auf meinem Kanal war oder generell letztens oder letztes Jahr während der Saison noch nicht auf meinem Kanal unterwegs war, ich mache dieses Jahr, wie letztes Jahr, wie vorletztes Jahr, wieder jede Woche ein Power Ranking. Das wird in einem festen Rhythmus kommen. Höchstwahrscheinlich wird es das Video immer am Mittwoch geben, weil ich am Dienstag einen Spieltagsrückblick bringe zu den ganzen Spielen am Wochenende und am Donnerstag, diesen Donnerstag übrigens auch schon, also in, jetzt muss ich kurz rechnen, drei Tagen, glaube ich, des Spieltagsvorschau. Das heißt, Mittwoch ist immer so der Sweet Spot für Power Rankings und heute sind wir hier mit der allerersten Ausgabe der Saison. Das heißt quasi, bevor die Saison überhaupt losgeht, Power Rankings. Ich hatte eigentlich mir extra gespeichert das letzte Power Ranking der letzten Saison, aber das ist auf meinem anderen Laptop und der geht nicht mehr an. Immer wenn ich den hochfahren will, dann fährt er hoch. Bevor ich irgendwas machen kann, direkt wieder runter, direkt wieder hoch, direkt wieder runter, in Endlosschleife, wenn ich ihn nicht irgendwann ausstellen würde. Das ist ein bisschen ärgerlich, aber hey. So, letzte Sache, bevor wir reingehen in die neue Seite, würde ich mich sehr drüber freuen, falls ihr abonnieren könntet. Wir brauchen noch, ich glaube, 900 Leute bis 15.000 und ich würde es gerne bis zum Ende des Jahres schaffen. Sieht momentan sehr gut aus, aber wenn ihr mir dabei helfen könnt, dann würde mich das natürlich sehr freuen. Okay, okay, wir sind auf der ersten beziehungsweise letzten Seite. Je nachdem, wie ihr es seht, ich gehe natürlich von hinten nach vorne die Teams durch und grundsätzlich erstmal, wenn euer Team nicht in den Top 8 ist, also auf den besten beiden Seiten bei mir, weil ich immer vier Teams drauf habe, dann bin ich mir jetzt schon relativ sicher, dass ihr denkt, dass ich es zu schlecht bewertet habe. Das ist auch komplett okay. Ich glaube, das ist am Anfang der Saison immer so, aber denkt dran, in den ersten, ich würde sagen, zwei bis drei Wochen werden die Teams hier unglaublich wandern. Auf einmal sind die, gucken wir mal hier drauf, die Jets zum Beispiel richtig krass und wandern in den ersten zwei Wochen von 31 auf 9 oder sowas. Kann alles passieren. Deswegen macht euch nicht so einen großen Kopf. Das ist jetzt nur erstmal der Einblick. Ich habe häufig gesagt, die Jaguars sind für mich das schlechteste Team der NFL. Bleibt auch so weiterhin. Gerade jetzt nach den letzten paar Sachen, die da passiert sind, in Garqueville, Lennart von Nett gecuttet. Also hey, die Jets auf 31, da ist ein bisschen der Disput in meinem Kopf zwischen Roster und Coach. Coach ist sehr wichtig. Letztes Jahr habe ich Probleme gehabt in der Offense und in den Special Teams, wo mal ein bisschen wenig drüber geredet wird, was aber sehr, sehr wichtig ist. Ich sehe nicht wirklich was, was die Probleme behebt, denn sein Mims wird da jetzt nicht so eine super Lösung für sein. O-Line vielleicht ein bisschen stabiler, sehe ich ein, aber insgesamt weiß ich nicht, ob es genug ist. Deswegen auf 31. Das Football-Team, auch vom Roster her eigentlich talentierter. Ron Rivera kommt neu rein, aber da erstmal ist Dwayne Haskins noch nicht ganz so sicher. Den hatte ich auch besser eingeschätzt, als er letztes Jahr aussah. Auch wenn es natürlich schwer ist, in so einer Situation wirklich gut auszusehen. Adrian Peterson ist weg, Darius Geis ist weg. Das heißt, da ist wohl sehr, sehr großes Vertrauen in Bryce Love zum Beispiel und in Antonio Gibson. Aber ja, ich glaube einfach, da ist so viel Tumult momentan bei dem Team. Das würde mich sehr überraschen, wenn die gerade Anfang der Saison sehr, sehr, sehr gut spielen. Und der Roster ist halt auch nicht so krass. Er ist besser als 30, aber ja gut, Dolphins 29. Ich glaube, wie gesagt, für die Zukunft eines der Teams, was am besten aufgestellt ist, aber jetzt momentan diese Saison, weiß ich es noch nicht. Allerdings muss man auch immer daran denken, dass sie letztes Jahr in einer noch schlechteren Situation waren und trotzdem durchaus immer wieder Spiele gewonnen haben und auch teilweise welche knapp verloren. Also dafür, dass man vorher davon ausgegangen ist, dass sie alle Spiele verlieren, haben die sich echt gut geschlagen und der Roster ist auf jeden Fall besser als letztes Jahr. Nächste Seite, Teams 28 bis 25. Die Bengals marschieren ein bisschen vor. Ich bin mir relativ sicher, dass sie auf 32 waren, als ich letztes Jahr aufgehört habe mit Power Rankings. Aber natürlich Joe Burrow. Soll wohl sehr gut ausgesehen haben im Camp. Wir haben AJ Green, der zurückkommt. Generell Wide Receiver vielleicht ein bisschen unterschätzt. Joe Mixon mit einem neuen Vertrag. Also Doppel-Joe im Backfield wird da auf jeden Fall gut arbeiten können. Deswegen der kleine Push nach vorne. Panthers sind kein wirklich schlechtes Team, aber sind auch sehr heavy in Rebuild gegangen. Unter anderem natürlich mit einem unbekannten Head Coach, dem man direkt einen 1000-Jahre-Vertrag gibt. Und Teddy Two Gloves, der da gekommen ist. Bin einfach nicht sonderlich überzeugt von den Panthers und die spielen noch dazu in einer sehr schweren Division. Wir haben die Giants auf 26. Hier wird es sehr davon abhängen, was Daniel Jones macht in der zweiten Saison. Schon mehrere Leute gesehen, die gesagt haben, der sah richtig gut aus im Trainingscamp. Und letztes Jahr hat er natürlich auch Versprechungen gezeigt. Deswegen kann in beide Richtungen gehen. Aber mir macht die Defense eher ein bisschen Sorgen da auf jeden Fall. Auf 25 die Bears. Ich glaube, John Madden war das, der gesagt hat, wenn du zwei Quarterbacks hast, hast du keinen. Trubisky wurde gerade zum Starter gemacht quasi. Falls also erstmal Backup. Aber ich halte es für sehr wahrscheinlich, dass wir Trubiskys letzte Saison bei den Bears sehen. Jetzt, wo ich das gesagt habe, wird er natürlich die Lions im ersten Spiel direkt auseinandernehmen für 450 Passing Yards und 120 Rushing Yards. Sechs kombinierte Touchdowns für ihn alleine. Aber insgesamt glaube ich trotzdem, Mitchell Trubisky ist schlecht. Die Defense ist gut. Offense, Fragezeichen für mich. Raiders auf 24. Bei der Raiders Fanbase bin ich mir ziemlich sicher, dass mir da jetzt viele schreiben werden, warum ich unglaublich falsch liege und die Raiders müssten Top 10 sein. Ich bin auch nicht der allergrößte Derek Carr Fan. Denn ich glaube, die Offense macht, oder die Offense of Lions, Entschuldigung wollte ich sagen, macht das, was sie machen soll, sehr, sehr gut. Den Rest nicht so wirklich. Und wenn du gezwungen bist, den Rest zu machen, das heißt, wenn du nicht dein Power Run Game durchziehen kannst, dann wird das ein bisschen schwer. Ich weiß, sie versuchen ab und zu ein bisschen dieses Spread-Ding reinzubringen, aber ich weiß nicht, ob es wirklich so gut funktioniert mit den Leuten, die sie da haben. Ich denke außerdem, dass der Rawler nicht so gut funktionieren wird wie letztes Jahr. Ich glaube eher, dass es so ein zufallskrasses Jahr war letztes Jahr und nicht, dass es wirklich ein Breakout-Year war, auf dem er jetzt aufbauen kann. Lions auf 23, ein Roster ist ohne Frage talentierter geworden. Die Offense steht, wenn Stafford sich nicht verletzt oder letztes Jahr, als er noch fit war, sage ich mal, war die Offense sehr gut und da ist ja letztendlich nie wirklich was weggegangen, außer vielleicht in der O-Line ein bisschen, aber die war letztes Jahr auch schon nicht brillant. Also auf den Skill-Positions-Offensiv ist auf jeden Fall alles da. Defense ist das, was mehr Angst macht. Kein Pass-Rush gehabt letztes Jahr und nicht wirklich was dran gemacht, außer Julian Okwara zu holen, der wird am Anfang der Saison nicht sonderlich viel spielen. Es sei denn, die wollen Jamie Collins da jetzt sehr in den Pass-Rush reinwerfen, was ich auch nicht glaube. Deswegen auf 23. Auf 22 die Cardinals mit Tendenz nach oben. Ich denke, die haben ein sehr talentiertes Team. Mal gucken, wie das jetzt in der zweiten Saison aussieht. Ich habe ein bisschen Angst bei der Defense und ich weiß nicht genau, wie Kyla Murray spielen wird, aber ich nehme an, er wird sehr gut sein. Browns haben wir auf 21. Roster müsste eigentlich besser sein, aber neuer Head Coach, deswegen auch da ein Fragezeichen. Coaching-Staff generell ein bisschen umgeworfen. Die werden auch einen anderen Spielstil haben als die letzten Jahre, definitiv. Also einfach von der Philosophie, nicht ob sie jetzt gut oder schlecht spielen. Da hoffen Browns-Fans natürlich auch, dass sie einen anderen Spielstil haben als die letzten zehn Jahre oder so. Also vielleicht ist da auch der Browns-Faktor drin, dass man sich anguckt, den Rostern und denkt, oh, das ist ein guter Roster. Aber es sind die Browns, wer weiß. Auf 20 haben wir die Falcons. Ich glaube, die machen wieder einen Schritt nach oben, wenn man mit dem letzten Jahr vergleicht, wo sie letztendlich deutlich unter ihrem Niveau gespielt haben. Also 20 erstmal das Mindeste. Ich hoffe nicht, dass sie unter 20 fallen. Sie sollten definitiv nicht unter 20 fallen. Ansonsten muss Dan Quinn auf jeden Fall um seinen Job bangen. Wir haben die Patriots auf 19. Auf 18 habe ich gerade in der Division-Analyse drüber geredet, was ich von dem Team halte. Es ist ein sehr, sehr interessantes Team. Auf 18 die Chargers, auf 17 die Broncos. Also zwei Teams aus der AFC West, wo natürlich die Chiefs ganz, ganz oben sind. Und das andere AFC West-Team hatten wir ja eben schon. Ich glaube, die Chargers sind ein sehr stabiles Team. Darwin James wird fehlen, definitiv. Da kann man sich die Stats angucken, wenn er auf dem Feld ist, wenn er nicht auf dem Feld ist. Ich weiß, sowas wird immer ein bisschen verzerrt. Aber grundsätzlich steht es schon für was. Und offensiv, ich weiß nicht genau, ob Tyrell Taylor dem Team genug gibt, um wirklich erfolgreich zu sein. Und ich weiß nicht, ob Justin Herbert schon weit genug ist, um dem Team genug zu geben, um erfolgreich zu sein. Deswegen, ich glaube, auch Melvin Gordon wird mehr wehtun, als man denkt. Auch wenn Austin Eckler ein sehr guter Running Back ist, Receiving Options hinter Keenan Allen nicht so wirklich was los. Mike Williams ist lange noch nicht auf seinem Potenzial. Und deswegen müssen wir gucken, was da passiert. Aber an sich natürlich ein starkes Team. Defensiv sollten sie, außer dem Darwin James Ding, wenn man quasi mit einberechnet, dass er letztes Jahr auch gefehlt hat, dann sollten sie defensiv vielleicht sogar besser geworden sein. Broncos, mein Geheimfavorit, nur auf 17. Und ich habe es schon ganz, ganz oft gesagt bei den Broncos. Ich bin auf fast jedem Level wirklich zufrieden. Lineback ein kleines Fragezeichen für mich. Aber Quarterback ist die große Baustelle. Wenn Drew Locke gut spielt, wird das Team gut sein. Wenn Drew Locke nicht gut spielt, wird das Team nicht gut sein. Es ist sehr, sehr viel Druck. Er wirkt wie jemand, der entweder unter Druck aufblüht. Das klang gerade richtig komisch, wie ich entweder gesagt habe. Entweder. Oder jemand, dem der ganze Druck einfach egal ist. Und der hat da seinen Spaß und Vibe. Deswegen hoffen wir einfach mal, dass er frei aufspielt und super spielt. Wir kommen zur besseren Hälfte der NFL. Wir haben auf 16 die Builds. Das ist für viele vermutlich ein bisschen tief. Aber denkt dran, ich mag weder McDermott noch Josh Allen. Die Defense ist in meinen Augen sehr, sehr stark. Ansonsten, ich kann halt auch Cole Beasley nicht ernst nehmen. Zum Beispiel, obwohl er ein richtig guter Slot Receiver ist. Aber irgendwie mit diesen blonden Engelshaaren. Und dann ist er noch dazu ein Rapper. Irgendwie kann ich den nicht ernst nehmen. Den Kerl ist sehr, sehr schwer. Stefan Diggs wird weiterhelfen. Running Game wird stark sein. Also eigentlich ein starkes Team. Aber irgendwie konnte ich mich nicht überwinden, die über die anderen Teams zu setzen, die über ihn sind. Wir haben die Eagles zum Beispiel auf 15, die jetzt auch schon wieder ein bisschen Verletzungspech haben und irgendwie extrem viele Cornerbacks gecuttet haben. Sag ich mal ansatzweise, merkwürdigerweise. Aber ich bin mir einfach nicht sicher bei den Eagles. Weil man denkt jetzt automatisch schon, okay, die hatten jetzt schon dumme Verletzungen. Die werden noch mehr dumme Verletzungen haben. Es könnte aber auch immer passieren, dass das jetzt einfach alles war. Und dass sich das ganze restliche Jahr über niemand mehr ernsthaft verletzt. Eagles auf jeden Fall starker Roster. Carson Wentz ist ein guter Quarterback, wenn er dann endlich mal eine ganze Saison fit spielen kann. Klopf auf Holz. Wir haben die Texans drüber auf 14. Irgendwie machen alle die Texans fertig. Vermutlich wegen dem die Andre Hopkins Trade und was weiß ich. Aber die waren letztes Jahr in den Playoffs richtig gut. Denkt dran, die waren, ich glaube, 24-0 oder sowas vorne gegen die Chiefs. Klar kann man auch als negatives sehen. Von wegen, ja, die waren 24-0 vorne und haben trotzdem noch verloren. Aber das würde ich jetzt einfach mal der Greatness der Chiefs zuschreiben. Eher als dem Fehlverhalten von den Texans. Und du musst halt auch erstmal 24-0 in Führung gehen. Oder generell musst du auch erstmal in die Playoffs kommen. Und das ist hauptsächlich passiert mit einer verdammt soliden Defensivarbeit. Und durch das Sean Watson, der jetzt auch gerade einen neuen Vertrag gekriegt hat. Also das Team ist gut, glaub mir mal. Titans auf 13, da gilt das gleiche. Jack Conklin weiß ich nicht. Das könnte wirklich, 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 wirklich wehtun. Und ich denke auch, Tannehill ist nicht so gut, wie er letztes Jahr aussah. In dem System, das ist halt wirklich sehr, sehr dankbar für Quarterbacks. Weil du letztendlich nur nichts falsch machen musst, 90% der Zeit. Und nicht wirklich selbst kreieren musst. Also die komplette Gegenteile zu einem Deshaun Watson bei den Texans. Vielleicht nicht unbedingt systembedingt, sondern eher talentbedingt. Aber nichtsdestotrotz. Deswegen, sobald man in Situationen kommt, wo man auf Ryan Tannehill angewiesen ist, glaube ich, das Team hat Struggle. Trotzdem reicht es erstmal für die 13. Gerade jetzt natürlich noch mit J. Davin Clowney zusätzlich in der Defense. Drittletzte Folie, wir haben die Buccaneers auf 12. Team sieht sehr, sehr gut aus, aber hat ein bisschen Browns 2018, vielleicht 2019-Vibes. Dass du so denkst, oh, das Team ist so krass, das kann gar nicht verlieren. Und dann stimmt es da irgendwie doch nicht mit der Chemie. Wichtigster Unterschied da ist natürlich Starting Quarterback. Du hast halt statt Baker Mayfield, einem sehr hochgedrafteten Quarterback, der sehr, sehr jung noch ist, wenig Erfahrung hat. Tom Brady, jemanden, der halt eventuell der beste Quarterback ist. Oder der erfolgreichste Quarterback auf jeden Fall, den wir je gesehen haben im Spiel. Und vielleicht kann der quasi über diesen Hügel verhelfen und einfach dafür sorgen, dass das Team ein bisschen schneller fusioniert und zusammenarbeitet. Deswegen auf 12 erstmal. Seahawks auf 11, ganz, ganz schwer einzuschätzen für mich das Team. Weil ich das Gefühl habe immer, es kommt nur darauf an. Also die Seahawks sind vermutlich das Team, wo es am wenigsten auf den Roster ankommt. Manchmal habe ich das Gefühl, die haben einen echt unterdurchschnittlichen Roster und gewinnen auf einmal alle Spiele. Und dann haben sie einen richtig guten Roster und werden in den Playoffs kaputt gemacht. Deswegen habe ich die erstmal auf 11 gesetzt. Natürlich war es Russell Wilson auch ein dicker Pluspunkt. Auf 10 die Rams. Da werden Seahawks eins vermutlich nicht fröhlich sein, dass ich die... Fröhlich? Nicht glücklich drüber sein, dass ich die Rams einen vor die Seahawks packe. Bei den Rams ist das, was ich vorhin bei den Broncos mit Quarterback gesagt habe, auch ein bisschen mit Quarterback. Aber Jared Goff ist halt sehr in seinem Mantra drin vom Ding, okay, ich muss nichts falsch machen und Bälle verteilen und dann ist alles gut. Da liegt es eher an der O-Line. Das heißt, wenn die O-Line gut performt dieses Jahr, was ich durchaus für möglich halte, dann müssen die Rams sehr, sehr weit kommen. Dann müssen die Rams eigentlich wieder tief in die Playoffs attackieren mit dem Team, was sie haben. Wide Receiver gut, Tight End akzeptabel, Running Back stark oder meiner Meinung nach stark zumindest. D-Line unnormal, Linebacker gut mindestens und Secondary auch sehr, sehr stark. Deswegen müssen die Rams eigentlich was reißen. Auf 9 haben wir die Packers, die nicht wirklich besser geworden sind meiner Meinung nach vom letzten Jahr, aber letztes Jahr halt auch im NFC Championship Game waren. Egal wie glücklich dann auch am Ende. Und solange da Aaron Rodgers ist, werden die auch vermutlich relativ hoch sein, zumindest immer in diesen ursprünglichen Power Rankings. So, Top 8. Ich habe die Calls auf 8 und das, obwohl ich ja eigentlich immer vielleicht ein bisschen niedriger auf den Calls bin als die meisten anderen Leute. Aber irgendwie fehlen mir da die Schwachstellen. Ich finde nicht wirklich was. Das ist eine der besten O-Lines der NFL. Dann hast du jetzt ein Running Game mit Marlon Mack und zusätzlich dazu noch Jonathan Taylor, der am Draft kam. Das kann richtig böse sein, gerade in Kombination mit der O-Line. Also da können wir eventuell, vielleicht eine kleine Bold Prediction, vielleicht ist sie auch nicht ganz so bold, aber wir könnten auf die beste Rushing Offense der Liga gucken hier. Nächstes Jahr, obwohl du da den Quarterback natürlich komplett rausnehmen musst, im Gegensatz zu den Ravens zum Beispiel. Denn das ist Phillip Rivers, der aber natürlich auch nochmal deutlich mehr Erfahrung mit ins Game bringt. Auch einfach was die Checks an der Line angeht und sowas. Also das wird deutlich, deutlich helfen. Wide Receiver, ich hoffe Paris Campbell macht einen Schritt nach vorne. Ansonsten Defense, da sehe ich nicht ganz durch bei den Codes, also was die machen wollen, da habe ich nicht so wirklich den Einblick, aber hatte ich letztes Jahr auch nicht und es hat funktioniert. Die Steelers sind auf 7, Big Ben kommt wieder. Damit wird die Offense ein bisschen stabiler sein und die Defense trägt das Team sowieso seit Jahren. Und letztes Jahr natürlich extra nochmal, wenn die Offense einfach einen Ticken mehr geben kann, was eigentlich der Fall sein muss mit Big Ben, dann wird das Team wieder erfolgreicher sein. Letztes Jahr waren die auch absolut nicht erfolgreich für normale Standards, sage ich mal. Für Steelers Standards natürlich nicht erfolgreich. Wir haben die Vikings auf 6. Auch hier, ich finde nicht so wirklich die Schwachstellen. Die D-Line ist stark, gerade jetzt mit Yannick Ngaku, der noch dazu gekommen ist, habe ich übrigens im Newsflash letztens einfach straight vergessen und deswegen nicht drüber geredet, also da war keine Hidden Agenda oder sowas. Linebacker sind sehr, sehr stark. Die Secondary ist das, was ich nicht wirklich eine Schwachstelle nennen kann, das ist ein sehr, sehr großes Fragezeichen. Ich gehe davon aus, dass die gut struggeln werden, aber da sind irgendwie Vikings-Fans ein bisschen verblendet, habe ich das Gefühl oder zumindest die paar, mit denen ich Kontakt hatte, weil die gesagt haben, jetzt im Trainingscamp unsere Rookies sahen so gut aus und letztes Jahr Xavier Rhodes war eh nicht mehr so gut und Trey Waynes und so ne. Das waren halt trotzdem Veterans in der NFL und da ist sehr, sehr viel Erfahrung mit drin. Eure Cornerbacks werden Rookie-Mistacks haben. Die können die Athletik, die können die beste Athletik aller Zeiten haben. Die werden trotzdem Fehler machen. Und wenn die die Fehler in den wichtigen Momenten in den Spielen machen, dann kann das verdammt wehtun. Football ist teilweise so eng, da können zwei, drei Fehler im Spiel, können einfach das ganze Ding umwerfen. Wenn dann noch vielleicht ein, zwei unglückliche oder wirklich böse, falsche Ref-Entscheidungen dazukommen, bumm, Spiel verloren deswegen. Deswegen ist das ein halber Schwachpunkt, ein halbes Fragezeichen, denn nächstes Mal offensiv natürlich alles im Lot. Wir haben die Cowboys auf fünf. Ich habe es häufig gesagt, vielleicht der kompletteste Roster der NFL, aber wird man gucken müssen, was mit der O-Line passiert. Da ein paar kleine Fragezeichen drin. Secondary auch ein paar kleine Fragezeichen. Nur deswegen letztendlich nicht auf Seite 1. Und auch da natürlich neuer Head Coach. Deswegen mal gucken, wie das Ganze klappt. Aber wirklich schlechter als der Letzte sein. Es wird schwer. Wir kommen auf Seite 1. Ich habe den Defending NFL Super Bowl Champion auf Nummer 4, die Chiefs. Auch hier, die Fans macht mir ein bisschen Sorgen, denn die war auch letztes Jahr nicht so grandios, wie manche Leute erzählen wollen. Gerade natürlich Tyron Matthew Fans, die dann da kommen und sagen, oh, die Defense war legendär. Die musste halt aber auch nicht wirklich so krass sein, einfach weil du mit so einer heftigen Offense ausgestattet bist. Und die Offense, ich sehe die nicht wirklich einen Schritt nach hinten machen. Wenn Clyde Edwards-Ilaire so einschlägt, wie Chiefs nahe Leute befürchten, vermuten, hoffen, was auch immer, gerade welche, die im Camp waren, dann kann es sogar sein, dass die Offense vielleicht noch einen Ticken besser ist als letztes Jahr. Und das klingt schon sehr, sehr eklig. Auch da hofft man natürlich auf Gesundheit von Patrick Mahomes. Klopfe auf Holz. Hatte er letztes Jahr irgendwie zwei, drei Spiele, in denen er gefehlt hat. Ich glaube, nach dem Lions-Spiel, glaube ich, gegen die Packers und gegen noch irgendwen. Aber ist auch egal. Auf jeden Fall hoffen wir, dass der auf jeden Fall durchspielt. Die Ravens sind auf drei. Auch da ein sehr, sehr komplettes Team. Ich habe in der Division-Analyse zur AFC North gesagt, dass ich glaube, die werden mit ihrem System eventuell einknicken dieses Jahr, wenn irgendwer eine gute Lösung dafür findet. Aber ansonsten trotzdem ein Team, wo ich auch nicht wirklich Schwachstellen finde. Da vielleicht am ehesten, jetzt weil Old Terms weg ist, auf Safety oder auf Wide Receiver in der Offense. Und das sind selbst beides Positionen, wo ich denke, die haben trotzdem noch starke Leute. Starkes System. Super Quarterback letztes Jahr natürlich. Deswegen Ravens auf drei ist schon okay. Und dann auf zwei und eins, die sind ganz, ganz knapp beieinander. Bei den 49ers hat letztens mir wieder irgendwer gesagt, ja, die waren aber nur Defense letztes Jahr und das wird nicht tragen. Die waren in den Top 5 Offense letztes Jahr, die 49ers. Also ich weiß nicht, wo das herkommt. Und das war auch nahezu alles System auf eine andere Art und Weise als bei den Ravens. Weil weniger spezifisch und meiner Meinung nach ein bisschen raffinierter. Das heißt, es wird schwieriger dafür, ein Gegenmittel zu finden. Bei den Ravens ist das Ding ein bisschen so, okay, es ist sehr einfach, was wir machen. Aber wir machen es halt einfach und niemand kann uns aufhalten. Und bei den 49ers ist es wirklich schon einfach eine sehr, sehr hohe Kunst. Gerade was Passing Game Coordination angeht. Und das ist ein bisschen so, okay, was zum Teufel machen die hier überhaupt? Dass du da erstmal hinterkommen musst, bevor du dann versuchen kannst, darauf irgendwie eine Lösung zu finden. Und das spielt mit rein. Roster natürlich auch sehr, sehr stark. Ihr wisst, ich war vor dem Draft ein relativ großer Fan von Brandon Ayuk und das hat sich auch nicht geändert. Debo Samuel wirkt, als wäre er fit für Woche 1 oder es sieht so aus, als wäre er fit für Woche 1. Wirkt, klingt, als hätte ich vorhin mit ihm irgendwie Football gespielt oder so. Und die Defense steht sowieso. Auf 1 haben wir dann die Saints, die wohl noch extrem heftig versucht haben, Jadavion Clowney zu kriegen. Und dann aber Cap-mäßig so gebunden waren, dass er letztendlich gesagt hat, ich gehe mal doch lieber zu den Titans. Auch wenn Titans jetzt kommen werden und sagen, nee, 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 Jadavion Clowney hat gesagt, er ist zu den Titans gegangen, weil er sich da wohler fühlt. Und nicht, weil er da mehr Geld kriegt und so. Aber natürlich sagt er das. Ich glaube trotzdem, die Saints haben einen verdammt starken Roster. Defensiv fehlen mir auch wirklich ein bisschen die Schwachpunkte. Mal schon, Letten, mal war letztes Jahr nicht mal so wirklich krass. Ich nehme an, er wird dieses Jahr wieder deutlich besser sein. Offensiv. Auch wenn überhaupt, ist die Offensiv besser geworden. Und selbst hier, wenn sich da mal jemand verletzt, hast du auf den meisten Positionen extrem fähige Backups. Sogar auf Quarterback. Das ist eventuell die beste, Moment mal, vergesse ich gerade. Für mich ist es die beste Backup-Quarterback-Situation in der NFL mit Abstand, weil du einfach Jameis Winston hast. Der übrigens im Camp richtig, richtig gut aussah, was ich gesehen und gelesen habe. Das heißt, wenn Drew Brees sich verletzt, hoffen wir natürlich nicht drauf, Klaube auf Holz, aber dann kannst du einfach Jameis Winston reinbringen. Jemand, der letztes Jahr über 5000 Yards hatte. Und deswegen, die Saints sind da schon gut aufgehoben auf Platz 1. Alles klar, wie immer, lasst mir eure Meinung in den Kommentaren. Da habe ich euer Team komplett falsch eingeschätzt. Welches habe ich viel zu niedrig, welches habe ich viel zu hoch. Lasst mir in den Kommentaren da, wenn ihr wollt, dass ich wirklich einen Gedanken drauf verschwende, was ihr schreibt. Dann packt ein Argument dahinter und schreibt nicht einfach nur, du hast gar keine Ahnung, das Team ist viel besser. Oder du hast gar keine Ahnung, die Lions sind eigentlich viel schlechter oder so. Sondern versucht zu argumentieren auf irgendeinem Level, was ich verstehe. Und bitte nicht mit PFF Grades. Komm, ihr wisst, das ist ein bisschen so eine Sache an mir, dass ich PFF Grades nicht mag. Ich hoffe sehr, dass euch das Video gefallen hat. Wenn ja, würde ich mich freuen, falls ihr ein Like da lasst. Wenn ihr neu seid, nichts mehr verpassen wollt in Zukunft, dann abonniert einfach. Und ich hoffe, wir sehen uns alle im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao. 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 Ciao.